Und wir nehmen die Tür. Die Tür? Nein, dann die Tür. Oder wir legen einen der Schalter um. Legen wir den Schalter um. Oh yeah, tot. Oh yeah, komm. Okay, ich nehme lieber noch die Stoffflinte, bevor ich die ganze Position wieder zerballe, äh, verballe. In irgendwelche Gegner, die sowieso nicht wert sind, wie diese, mit der Plasma-Waffe beschossen zu werden. Und meine schöne Menge an Hälfte ist schon wieder weg. Das passiert mir an, dauernd in diesem Spiel. Und, wo bin ich hier? Ich, ah ja da, wieder in diesem Giftgas-Bereich. Und noch mehr Gegner. Und Minigang. Der zum Glück überhaupt nicht trifft. Ich allerdings alles viel besser. Und jetzt sterb. Und, Gift. Ja. Gift, in rauen Mengen. Was ist da oben noch? Gauen wir uns mal rauf. Ah, rauf. Und, jetzt hätte ich rauf. Okay. Ich stehe doch förmlich nach. Hier sind nochmal 20.000 Gegner. Und, was ist das denn jetzt? Gut, wenn man ja nicht weiß, wo er langlaufen muss. Das macht sich Sache viel spannender. Aber, man kann schon mal ein paar Gegner von oben mal schießen, ne? Schon mal nicht schlecht. Hm, da wird noch eine. Ah, kannst du nicht denn kommen? Ah, das ist so richtig gemein, wenn sie jetzt zurückschießen können. Und ich hab's sogar nüberschafft. Im Fall da jetzt wahrscheinlich gleich irgendwo runter. Ah, du Mistkerl. Ah. Nicht drunter springen, nicht drunter springen. Wir wollen noch nicht drunter, glaube ich, oder? Wollen wir runter? Nein, nein, noch nicht. Wir wollen den Gegner erst betrinken. Komm. Ja. Und dann wollen wir, sollen wir... Äh, wo wollen wir denn hin? Soll ich langsam mal klären, wo ich hin will? Und... Ach so, da unten, das ist... Ah ja, das ist das Giftmüll, wo ich vorhin nicht lang gelaufen bin. Okay, das heißt also... Ich könnte... Da? Nein, da war ich schon mal, oder? Legt da Munition rum. Äh... Doch, da war ich schon mal. Glaube ich. Ja, doch. Carlos sagt mir, ich war das schon mal. Das heißt, dass ich glaube, das ist gerade lustig im Kreis. Aber da hinten war ich noch nicht, oder? Äh... Nein, da komme ich hier runter. Genau. Wo ich auch, glaube ich, hin will. Vielleicht. Möglicherweise. Äh... Ich nehm's schon mal an. Ne, jetzt... Wendegänge... Mit Kisten. Und was ist das? Full of Ammo, yeah! Ein Rucksack voll mit Munition war das. Ja, genau was man brauchen kann. Kriegt man richtig schön viel Munition. Und zwar genau... Ja... Mit nur für irgendwelche beschissenen Clan. Und wir müssen dann auf... Äh... Nicht direkt, nein. Wir müssen... Wir müssen... Dann über. Äh... Vielleicht. Hm... Ja. Doch, und da, was ist da? Bersacker-Modus! Ja, damit macht man extra viel Schaden bei Gegnern, wenn man ihn in die Fresse schlägt. Jetzt... Bräuchte nur noch einen Gegner, wenn ich mich in die Fresse schlagen kann, ne? So, wo kriegst du einen her? Und... ja. Ja, gleich ist der Bersacker-Modus wieder vorbei und ich finde keinen Gegner. Ja, typisch. Das ist der Bersacker-Modus. Du kriegst ihn nur, wenn keine Gegner da sind. Äh... Wo muss ich denn jetzt lang? Gute Frage. Ich verlaufe mich. In Doom. Was ist da drin? Guck mal, wie war ich neu? Guck mal, wie war ich neu? Total verloren. Egal. Oh, Neu Gegner. Äh... Muss ich also da unten lang? Ohhhh... Andere Knarre. Fass doch mal so. Okay. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen. Aber egal. Spackierwerfer ist immer gut. die macht deutlich mehr schaden doppelte und wir müssen 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 lang wo müssen wir dann müssen wir da kann ich spreche einfach mal hier und wir müssen darauf und da war ich schon im kreislauf immer schön im kreislauf war ich da drüben schon schon mal von manüber und ja da war ich mit der schande chaos ist es gebracht was hat das gebracht dann weiß ich jetzt und noch einer und noch einer doppelte ladung und noch eine so noch jemand herkommen so werden auch niemand mehr da bin ich glaube ich und noch ein gegner und ich schieße es noch voll vorbei wir haben ja genug munition noch und wir nehmen anzug mal mit und wir wollen wir wollen wollen wir da lang exzellente frage wollen wir da lang wollen wir da waren wir schon da waren wir schon glaube ich wir wollen da lang so lustig und voll in die fresse und jetzt hatte ich grad grafikfehler ich weiß nicht ob wir in der aufnahme sieht ich hoffe nicht wenn doch das war gerade grafikfehler dieses weiße flackern und 200 rüstung und so geil und wie komme ich da jetzt raus keine ahnung muss ich da vielleicht da nein andere seite probieren andere seite wir können rennen und hier komme ich auch irgendwie nicht drauf wie komme ich darauf ich muss dann auch denn da oben zu gehen also muss ich da lang und ist da vielleicht was dazwischen da sehe ich nichts das sehe ich das sehe ich auch nichts dass ich auch nix ganz toll ich sehe also nichts bis noch weniger auch nix und die karte vor sich mal wieder auch mit weiter vielleicht dollar nein ich glaube nicht ich glaube hier bin ich ich habe die doppelläufige flinte und jeher doppelläufigen ist es zehnmal einfacher deswegen nehme ich sie auch nehmen bei der stärkeren gegner aber nicht so lächer die gegner sparen wir uns die munition aber es ist auch hier stirb und kann ich da runterfallen ich probiere es gar nicht aus und hallo zu meinem gegner ich habe es nicht gewusst das war so schwer zu verdanken und das war es hier noch eine runde beendet gut gut was haben wir das so nicht mal alle kills wo ich lass noch ich lass noch egal ist es ein netzplayer und kein ich kann alles und bin so toll und wir brauchen fast eine viertelstunde death symbol nein death symbol tot einfach einfach tot ohne geschichte you have entered deeply into the infested starport wir sind tief im befestigten stern portal aber irgendwas ist falsch die monster haben die maschinen braucht sie haben ihre realität mit in die sternbasis wo wir sind gebracht und die technologie wird missbraucht oder so mein englisch ist sehr gut ja hätte es hier ein aufbauen ja wir haben ausbauen der hölle gesehen das klingt aber doch eher mehr nach der story von hey ich war nicht fertig mit lesen kommentieren das passt nicht es geht einfach zu schnell egal ihr habt es gesehen ihr könnt das video anhalten und soll ich mehrmals anschauen das geht auch wenn ihr wollt also wenn ihr es lesen wollt spulen zurück und haltet euch das video an dann könnt ihr es lesen